Oh nein. Oh nein. Aus. Schuss. Start. Schuss. Oh das sind wir. Rot wird geschossen. Kommt an den Baum. die gäbe so verstanden der weg zum roten ja ich bin recht zu nur zwei durch ja negativ links 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 kratz im grünen zu sagt so feindliche kräfte ost direkt bei der stadt nahe ich sehe es halt einfach gar nicht direkt nach oben von der stellung aus auf 25 grad fahrzeug am waldrand rot bestätigt bleibt bleibt du mal hinten wir sind 20 meter links von dem baum wir gehen wieder zurück ja aber irgendwie muss ich da hin schießen können befinden uns jetzt wieder im baum schluss von links an alle wichtigen die befreundeten schluss von links gäbe so verstanden blaut sie das mal rückköpfe ein schluss von links Ich habe keine Einsicht. Hier grün, Feierkontakt, Richtung 20 Grad auf unserer Position. Vier einzelne Schützen, drei bekämpft. Glaube, alles gut soweit. Negativ ein Mann ausgefallen, wird gerade stabilisiert. Ich habe eine medizinische Unterstützung. Team Rot bzw. Paul, rück mal vor auf Team Blau und helf den da. Verstanden. Ich bleibe oben. Jetzt gibt es eine Deckung? Ja. Heute. Grün-Gelb, wie sieht es bei euch aus? Grün-Status. Gut. Eine feindliche Partfolie. Vernichtet, kommen. Ja, okay. Kontakt ausgeschaltet, wo der Baum gerade umgefüllt ist. Chaos für Matze. Zur Info. Westlich der Straße befindet sich eine freundliche Partfolie. Eventuell können wir die als Verstärkung anfordern. Ende. Oh, Mörser-Bistos. Team Gelb, runter. Team Grün erst mal zu Team Gelb, runter. Zieht die Köpfe ein, geht von mir aus ein Stück weiter in den Wald rein. Geht erst mal von der Stadt. Okay, wir bleiben hier. Lauf in der Stellung. Paul, mach dich klein da unten. Ike, hast du das gehört? Ja, ich hab ja gesagt. Wir bleiben definitiv hier erst mal. Oh, ich glaube, der Baum hilft uns auch nicht, oder? Nee, aber... Der Beschuss da hinten, ja, ist schon okay, so. Die sehen uns von oben nicht. Räber und Bienen sind in den Wald hoch. Aber sind so okay. Oh, alles okay bei euch? Die Grünen, was ihr? Die Grünen hat von alter Positionen in die Bäume verlegt und bewegt sich gerade positiv zurück. Ja, also verstanden. Richtung normaler Position. Blau wieder auf alter Position. Hast du das mitbekommen? Ich hab denn einen Baum gefällt, während ich geschossen hab. Hab ich gehört, ja. Also, ähm... Grün ist meine Mut. Also, wir haben überhaupt keine Ahnung, wo der kam. Ich kann nochmal kurz rumfragen, aber vermutlich nicht mal kurz warten. Hat jemand von euch mitbekommen, wo der Beschuss her kam? No, negativ. Rot, negativ. Grün, ähm... Von den Beschussgeräuschen her, vermutlich Raum München. Welche Richtung? Vermutlich in Richtung. Weiter im Neuser-Beschuss. Ja, ist doch verstanden. Das war hier vor uns. Kann es sein, dass das von hinten kommt? Neue vermutete Beschussrichtung Südosten. Rot bestätigt. Okay, wir müssen hier noch ein bisschen aushalten. Köpfe einziehen. Circa 20 Minuten. Dann kommt unsere Ablösung. Ich bin da oben rein. FB-T. Wir kämpfen, Team GAP. 20 Minuten. Sehr schön. was einer ausgefallen bei team gelb dann team rot sofort auf team gelb aufschließen und den auch wenn wir auch beschlossen oder ist es nur der hall wir sind jetzt am lkw wünschen wir weiter laufen er versuche ihn so gut es geht zu fetteln dass er wenig nicht mehr blutete paul kommt dazu schnell einheit untersuchen tot rot ist fertig sollen wir hochkommen zu grün verstanden wir kommen gut gut droht ist da kommt gleich ein krankenwagen wegen dem kratzer oder was ja ja du weinst sonst wie zu sehr rum ja 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 ich bin der stetsch arsch schießt von der burg runter Ja, schau mal, dass du dann einen Blick auf die Burg kriegst, wenn er wieder euch bewegt. Ja, du bist leicht verletzt und jetzt... Das geht von hier ein paar Meter Richtung Osten, hast du schon mit drauf. Hast du auch gepustet? Ja, und ein Kusti draufgegeben. Oh, ich schaue. Ja, das ist halt okay, die Pflaster nicht vergessen, ne? Ja, sonst gibts auch. Ordner, du bist okay, ja? Alles gut. Okay, dann zieht euch wieder zurück, die Mord. Auf eure Position. Gut. Okay, voll draus. Oh, rot wird beschossen. Seht ihr von oben? Vom Wald aus. Oh, ich bin getroffen. Geh hinters Haus, steh auf und geh hinters Haus. Das ist ein Befehl. Steh auf, geh hinters Haus. Ja. Ja. Ich such das Schwein. Ja, ich bin drauf. Ich hab's auch drauf. Ich hab's drauf. Ich hab's drauf. Ja, ich hab's drauf. Treppe Ok, du hast den gleichen Kratzer Ok, dann brauche ich nicht mehr Dekid Ok, alles gut Ok, gut Wir suchen gerade im Moment Oh, ich habe sie Ok Du bleib hinten, bleib hinten Du bleib hinten Hast du eine Pusse ausmacht? Ja, Moment Rot unter Beschuss Wir smoken jetzt und ziehen uns zur Stellung zum Klauen Auf gehts Ja, Paul wartet unten auf die Stellung Auf gehts Paul, ich bin hier hinten in den Bäumen Alter Ne Nee. Wo bist du? Okay wir sind uns grad... ...eineinander gelacht. Warte bleib du stehen, ich komm zu dir. Wo bist du denn? Bist du hinter dem Haus? Paul? Komm mal. Kommst du mal zu Team Clown, checkst du dich mal durch? Ich laufe Weg, ja. Ja. Geh vor auf der Straße. Nee. Geh runter von der Straße. Wir sollen runterkommen, ne? Ja, ich such die hier oben weiter. Bleib... ...ge... ...renn du runter. ...renn du runter. Ja, ich such die hier oben weiter. Ja. Paul, geh zu den Punkern, wo der Fennek steht, da kommt Team Blau jetzt hin. Verstanden. Team Gelb, wie sieht's für euch aus? Ja, Team Gelb hier, also ich komm. Alles klar. Team Blau, gib mir mal Deckung, lass ich auch nochmal da komm. Steht die Deckung blau? Steht die Deckung blau? Ja, gleich, wir haben ja noch kurz Kommunikationsschwierigkeit. Ja, weil die Deckung steht. Alles klar, ich komm jetzt runter. Alles klar, ich komm jetzt runter. Und dann geht's mir weiter. Geht das nicht. Los. Weiß nicht, die da die ... llen sich, wir müssen noch bei uns anhen. Ach, hier. Litz, bei dir alles in Ordnung, Mom? Ja, ich bin fein. Ja, ich bin fein.